Liebe Studienanfängerinnen, liebe Studienanfänger, liebe Erstis, mein Name ist Gesine Grande und ich bin die Präsidentin der Brandenburgisch-Technischen Universität. Und in dieser Funktion ist es mir eine große Freude, dass ich Sie heute ganz herzlich bei uns an der Universität willkommen heißen kann. Wissen Sie, dass wir etwas gemeinsam haben, Sie und ich? Wir sind nämlich beide Beginner. Wir starten neu an dieser Universität mit unseren großen Erwartungen, Ideen, Zielen, die wir gerne hier umsetzen möchten. Und ich glaube, mir geht es wie Ihnen. Ich lerne jeden Tag dazu. Ich finde der Mitstreiterinnen und Mitstreiter interessante Themen und Ecken an der Universität, die ich bisher noch nie gesehen habe. Normalerweise würden wir mit Ihnen eine andere Form, eine feierliche Form der Immartikulation wählen. Leider ist es nicht möglich in diesem Jahr durch die Pandemie, die uns davon abhält, mit Ihnen allen zusammen zu feiern. Aber ich bin sicher, wir finden in der Zukunft andere Gelegenheiten, wo wir das nachholen. Und wir werden es feiern. Egal, ob Sie Ihr Studium jetzt an unseren Standorten in Senftenberg, in Sachsendorf oder hier am Zentralkampus beginnen, Sie haben sich für eine Universität entschieden, die im Moment wahrscheinlich zu den dynamischsten und lebendigsten Universitäten in Deutschland gehört. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass wir eine Universität im Aufbruch sind, dass wir mitten im Strukturwandel eine zentrale Rolle für die Region spielen und dass wir ganz sicher zusammen mit vielen anderen Partnern große Vorhaben und Projekte von Energie, Übertriebwerken bis zu den Themen von Gesundheit und Strukturwandel auf den Weg bringen werden. Und natürlich haben Sie sich mit Cottbus und der Lausitz auch für einen Standort entschieden, mit vielen liebenswerten Vorzügen. Ich bin sicher, der Bürgermeister wird Ihnen das auch noch sehr ans Herz legen. Sie können hier alles tun. Sie können Pilze sammeln, Fahrrad fahren, baden gehen. Sie können Ihre Freizeit wunderbar gestalten. Sie können hier schön wohnen und vor allem Sie können hier hervorragend studieren. Also noch einmal herzlich willkommen als Mitglied der BTU-Familie.